UNTERTITELUNG Halt mal an, ich muss mal pissen. Jetzt halt doch mal an, ich muss mal pissen. Ich kann die nicht einfach so anhalten irgendwo. Ich halt gleich schon an. Was machst du da? Das ist das Denkmal. Der Schlacht vom Sieg über die Dänen. Nur soll ich die Pisse wieder wegwischen oder was? Das ist Heiligtum Dittmarsens. Wie ich diesen breiten Grat verabscheue. Dieses Wetter, wie kann man nur hier leben? Los, komm wieder rein. Kann ich mal fahren? Nee, da ist schon was getrunken. Anderes mal vielleicht. Spießer. . . .